Von den Teuerungen sind alle betroffen, sowohl private Haushalte als auch Betriebe. Es ist einfach nicht verständlich, warum wir so viel für Strom zahlen müssen, obwohl wir in Südtirol mit den Wasserkraftwerken selbst genügend Strom produzieren. Im Moment funktioniert es so. Der Strom, der hier bei uns produziert wird, wird in das nationale Stromnetz eingespeist und wir selbst beziehen den Strom dann wieder von dort. Das ist falsch, sagt der Landtagsabgeordnete der Freiheitlichen, Andreas Leiter Reber. Er fordert, dass wir alle autonomiepolitischen Möglichkeiten ausnutzen und endlich den Strom auch selbst verwalten, das heißt, auch die Tarife mitgestalten können. Die Freiheitlichen haben dazu einen Beschlussantrag im Landtag eingereicht. Dann würden wir alle viel weniger für den Strom bezahlen und wären nicht so abhängig vom internationalen Preisanstieg. Wie das gelingen könnte? Da hat Leiter Reber einen konkreten Vorschlag, den es so in Südtirol eigentlich schon gibt. Dass man ein Netzwerk aufbaut auf genossenschaftlicher Basis. Das haben wir ja schon bei den Fernheizwerken und bei den kleineren Energiegenossenschaften, aber eben nicht bei den großen Kraftwerken. Und hier hätten wir die Chance, auch so ein System aufzubauen und als Land dann die Tarife sowohl für die Betriebe als auch für die Bürger mitgestalten zu können, aber auch die gesamte Überproduktion dann auch verkaufen zu können. Im Laufe der Woche wird der Beschlussantrag der Freiheitlichen behandelt, mit dem gefordert wird, dass Südtirol endlich selbst zum Stromversorger wird.